Ja, absolut geil, noch weniger Herzen am Start. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Wir sind immer noch komplett am Ende. Nicht nur nervlich, sondern auch hier mit unserem Minecraft-Figürchen. Ich habe immer noch nichts zu essen. Oh shit, ich höre ein Skelett, Skelett. Oh man ey, ist das bitter. Ehrlich, aber hier muss nur irgendwas... Kiste. Was zum Teufel. Wackeln. Kloensamen. Kann ich das essen? Das ist doch eine ungebackene Kartoffel. Aber hier kann ich doch braten. Ich hole die Kartoffel mal in mir rein. Äh, was zum Teufel? Äh, wenn ich das Ding jetzt esse und sterbe, ne? Shit! Gott. Ey, wieso konnte ich die nicht braten? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Special-Ding, das man jetzt nicht braten muss oder so. Ja, absolut geil, noch weniger Herzen am Start. Jetzt schon mal gleich ein geiler Anfang für die Runde. Richtig nice. Die Zombies wären mir ja schon eigentlich ganz lieb, weil ich dann... Weil ich dann wenigstens der Zombie vielleicht kriegen würde. Oh Mann ey. Ist das krass hier. Ein Hit und wir sind tot. Absolut krass. Ein Hit und wir sind tot. Ähm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will eigentlich noch hierbleiben, weil ich... Oh Mann. Hier ist so viel Obsidian. Obsidian. Und ich weiß nicht, wie man sich diesen Save-Point setzt. Mein Bruder sagt, das geht irgendwie, aber ich weiß nicht, wie man da auf den Zug greift. Also wenn ich jetzt hier... Set... Mein-Eingeber... Set... Set... Mein... Absolut krass, wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Ich weiß nicht mehr, wie man schreibt. Oh Mann. Okay, hier war aber nichts... Nichts Wichtiges. Scheiße. Scheiße, Mann, Scheiße, Mann. Er verfolgt uns, Mann. Explodier. Komm schon. Boah, mit dem letzten Schlag habe ich den noch kaputt gemacht. Boah, was ist denn hier los, ey? Was geht denn hier ab? Das wird ja immer krasser. Hier ist Gold. Hier ist einfach krass viel Lava. Start. So, machen wir mal eben weg. So. Boah, keine Güte, ey. Ist das heftig. Nein, die Spinne kann ich jetzt absolut nicht gebrauchen. Ich weiß auch nicht, ob sowas bringt, weil ich mir hier ein Bett setze, weil es ja die Farmwelt ist. Aber irgendwas muss ich machen. Ich habe keinen Bock, den Diamanten und so zu verlieren. Allerdings bin ich auch zu gierig, ne? Ich will auch noch mehr hier gucken und gucken, was hier noch so ist. Diese eine Spinnenhülle von der letzten Folge habe ich auch noch nicht mehr wiedergefunden. Jetzt bin ich schon wieder hier. Wer ist denn los? Mann. So. Erstmal ne Fackel setzen. So. Okay, das haben wir. Sehr nice. Weiß nicht genau, ob ich da gerade ein Skelett gehört habe. Oh, boah. Diamant. Nein. Nein. Du verdammter. Auf gar keinen Fall. Never. Never. Da waren Diamanten unten und ein Skelett, ey. Ich geh mir jetzt noch den einen Diamanten und hol noch ein bisschen weg. Mit dieser Hölle. Komm, Kies. Ist mir jetzt egal. Scheiße. Nur daneben gesetzt. Mann, ey. Wieso ist denn hier so viel zu entdecken? Was soll denn das? Was ist das denn? Angst, ey. Echt ne Nummer zu krass. Wie ein Erdblock. Woa. 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 Ich muss mir mal eben neue Dinge machen. Ich brauche da eigentlich nur schnell was zu essen. Wenn ich noch die anderen Pilze finden würde, oh man das wärs, ich hab da noch die anderen Pilze. Also wenn ich die braunen finden würde, die ihr mal eigentlich relativ häufig findet, dann würde das schon ganz gut gehen. Wenn ich jetzt den hier weg mache und den hier klappt das dann. Boah mit allen Mitteln kämpfe ich mich hier durch, das ist so heftig. Erlich. Bessel, ein Kripper. Geil, der hat kein Fleisch gedroppt. Shit. Ich habe mich gerade so gefreut, du hast Hunger aber nicht zu essen am Spawn, da steckt sich ein Kuchen für dich. Ja, ich kann aber jetzt nicht am Spawn, weil ich dann nicht wieder hier zurückkomme. Ne? Wie ist hier das Problem? Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, du verdammter! Fuck! Was hatte ich alles dabei? 27 Level, die Rüstung, die Kohle, den Diamanten, zwei Diamanten glaube ich sogar. Und jetzt habe ich safe einfach gar nichts mehr. Absolut krass! Okay. Ich muss gucken, dass ich da wieder hinkomme. Scheiße, ich muss fünf Sekunden warten. Shit ey! Ich habe einfach gar nichts mehr. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt da so nah an der Lava bin. Und dann war ich einfach weg. Ist ja krass. Ich hätte mir einen Wassereimer mitnehmen sollen. Und dann wollte ich mich nach Hause teleportieren, damit ich dann wenigstens hier alles verliere. Wäre ja nicht schlimm gewesen. Aber habe einfach dann das falsch eingegeben. Mit einem T davor. Und habe jetzt wieder nichts mehr. Naja, ist egal. Das macht nichts. So, mache ich mir erstmal hier eben alles neu. Neue Werkzeuge. Nein. So. Und ein neues Schwerz. Und so ein Kram. So. So. Einmal so. Spitzhacke. Dann so und so ein Schwerz. Zum Glück haben wir ja schon relativ viele Rohstoffe. Und noch eine Axt. Wären das Diamantsachen gewesen, dann wäre es absolut krass schlimm gewesen. Aber so geht es ja noch. So. Dann brauche ich noch ein paar Fackeln. wieder. So. 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 Okay. Boah. Krass ey. Mann. Alles weg. weg. Okay. Haben wir jetzt soweit alles wieder? Ja. Okay. Gut. Dann werden wir einfach nochmal farmen gehen. Nice. Jetzt ist es hier Nacht. Warte. Okay. Oh Mann. Ich muss vier Sekunden warten. Ich will irgendwo eine coole Schlucht oder so. Ah nein. Ich habe mir was zu essen vergessen mitzunehmen. Nice. Und da ist gleich ein Cripper. ein Skeleton. Warte mal, war hier denn dann nicht der Eingang von der Höhle? Hier waren wir doch an dem Dorf. Und hier ist doch direkt erstmal Weizen, was wir mitnehmen können. sonst ein Brot machen können. So. Ich glaube, wir den einfach hier essen. Ist mir egal. Haben die noch irgendwo was? Ich glaube nicht. Was ist denn hier passiert? Warum ist denn hier alles kaputt? Naja. Ähm. Einen Ofen brauche ich. Einen Ofen. Einen Ofen. Einen Ofen. Schärfe 5 ist natürlich mega krass. Bücherregal. Oh nice. Da brauche ich das gar nicht so zu machen. Bespriebendes Buch. Okay. Als ob die jetzt hier einfach gar keinen... Boah, ich brauche noch nur irgendwie was zu essen. Oder, ich geh mir einfach, warte mal hier, so, die dworken ja auch Fleisch. So, und dann brauche ich nur einen Ofen, dann habe ich schon mal ein bisschen was zu essen wieder vom Storz. Das ist natürlich gut. So. Ich hoffe, dass wir es nochmal finden, wo wir reingegangen sind. Das Schwein da hinten nehme ich mir noch mit. Was ist das denn? Ein Skelett auf einem Pferd. Das ist natürlich krass. Nee, doch nicht, oder? Das sah gerade eben so komisch aus. Kann ich den nicht angreifen? Hä? Was zum Teufel ist denn hier los? Ich bin... 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 Ich bin...